so denn wir zocken heute vorgeist wir haben schon ein bisschen reingeschaut also wir spielen wieder mit jatze das spiel ist ziemlich ziemlich witzig gemacht wir sind absolut durchschnitt ich würde sagen wir sind durchschnittlich ja ich bin ja schon weit gekommen auch gottchen ja das spiel falls ihr lust drauf habt bei epidemic bei epic games ist das blau also könnt ihr einfach play to play spielen und bei steam ist es leider nicht verfügbar so dann gucken wir jetzt erstmal wie die laufen ich habe hier siehst du das sind grüne krokodile ich bin links ich bin rechts ich bin mitte war die maus sie dreht sich so schnell mit rechts außen das ist nämlich eine richtige tür ich hätte sehen müssen ich komme nicht über die zähne die türen springen die türen sind alle fähig ich bleib voll weit hinten ich verkack das noch hallo ich muss schneller sein als die anderen ich bin richtig weiter hinten gefallen nein 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 das wird so eng ja ich bin nicht vorne ich bin ich schaff's du bist du bist aber mir wird knapp hier und ich bin auch ich bin ich pizzer runde beendet alles alle rausgefallen ihr seid zu schlecht die futuristischen hindernisse und renne zur zierlinie medaillen gibt es in gold silber und bronze ist so doof das spiel eigentlich ich bin so geil was sind das für würfel oder kacke ich ab flipper automat ja echt mal das verwirrt mich jetzt schon ich habe keine ahnung wie das einfach zu laufen ich glaube einfach drauf zu lasst uns die wand der klimmen was ist das oh mein gott wir sind schwere los nein der sturm hat mich weg gepustet wo bin ich wo muss ich das was ist ich bin in die falsche richtung gesprungen ich komm hier nicht weiter ich schon nein ich bin schon wieder abgestürzt ach diese scheiß luft dinge ja okay warte und jetzt aber safe play safe play ich habe es geschafft ach so oh mein gott oh mein gott das hat mich verprügelt ich komme darüber das ist voll die falle ich komme nicht über die brücke die regenbogenbrücke einfach stehen ich warte bis die runde zu ende ist nein ja dann hast du verkackt du loser ja habe ich doch ich bin am anfang ich komme bei den blöden luftung nicht rüber ich bin das ding ich bin die einzige die noch hier hinten ich habe ein save point was muss ich hier machen wofür sind die rosan dinge wenn ich damit irgendwie aktivieren wo muss ich denn hin hier ich glaube im kreis muss ich darunter ich muss hier runter nein ich komme da nicht mehr rein verdammt spielst du noch mit er hat er doch mal kurz legt dein handy weg alter ich bin nicht mal am handy ich will mir auch hier so ein breifart style machen ja ich habe das gerade als belohnung gekriegt dafür dass ich verkackt habe kannst du wenn du losläufst rufen bei der macht von brave score kann ich nicht okay habe ich mir gedacht erster werde ich erster hier habe ich einen richtigen anfeld wahrscheinlich ja ich habe hier richtig geil da können die anderen gar nichts muss nur vorne stand ja gut ich werde mich erst aber ich ganz hinten stehe das schluss nicht ich muss durch hier so ausgeglichen ich bin vielleicht noch runter gefallen aber es war nicht meine schuld okay ersten checkpoint ja ich komme hier nicht rüber kletter ich muss hier hoch ja nächster checkpoint noch ist keine mc weiter wieso sind die so weit und es war knapp bist du hoch konzentriert ich habe schon wieder ein checkpoint wo bist du denn vorne wie weit das ist so gemein ey ich bin zwölfter das ist so gemein ey ich wäre erster im ziel gewesen im gegensatz zu dir ja war ich wirklich war vorne aber du bist qualifiziert na und ich wäre trotzdem erster mit gewesen wieso hast du verkackt weil ich runter gefallen bin ach mensch wieso bin ich denn auch verlassen gegangen du hast jetzt nicht verlassen weißt du bist du jetzt wirklich raus ja meinst ich sag das ja weil du musst ja eigentlich bestätigen was muss ich bestätigen dass du raus willst ja habe ich doch gerade gesagt dass ich das gemacht habe also du hast escape und dann enter gedrückt ja war schon so in meinem rhythmus dass ich immer verkacke dass ich automatisch rausgegangen bin ja ich war voll dass ich verkackt hätte als erstes durch die installiert je nachdem wo ich jetzt starte bin ich richtig gut ich sag dir gleich und ich bin du bist letzte reihe ich bin vorletzte ne Ahnung wo ich bin hier da ich bin letzte habe ich dir gesagt und los geht's ich habe gesammert ich habe doch schon zugeguckt wie die dagegen gesprungen sind warum springe ich da auch gegen da Hechtsprung ja woher weiß der das immer den schwarz-weißen hinterher der hat einen plan kann man das sehen nein nein ich war ganz vorne jetzt bin ich die mitte Mann ey was soll denn das nicht schubsen ihr seid mit euren Hüften auch nicht schneller so kurz vor der Ziellinie ey hier sind aber viele Kreisel okay pass auf letztes Mal schon ja bei der Macht von Brave Skull ja Alter ich komme richtig gut durch okay Bälle kein Problem Aua ich hätte auch in meiner Spur bleiben können das hat mich Zeit gekostet oh ich bin so krass nein nein ich bin hier unten wo muss ich lang Geh weg Alter Checkpoint ich hätte springen müssen nein ich war so weit vorne bin hingefallen lasst mich durch ich bin im Ziel ich bin ganz vorne ich hole das Ding go go schaffe ich perfektes Timing perfektes Timing jetzt wird es ein bisschen schwieriger kein Problem kein Problem kein Problem jetzt andersrum oh ich komme so gut durch yo was geht du kannst sogar einen Hechtsprung machen wie cool ist das denn das wusste ich gar nicht nein das war so knapp ich kann erster sein ja ich bin erster ich bin ich bin erster Entschuldigung ich war einen Kurzmoment mitgenommen erster Platz und wer darf gehen bye bye aber das sind jetzt zwei kann ich mich auch ducken ich komme doch über den anderen gar nicht rüber lauft mir doch nicht im Weg hä der Rosane macht mir gar nichts oder kann man gegenlaufen hey bei dem Rosan kann man gegenlaufen dann kann ich doch stehen bleiben oh kann ich nicht kacke aua ihr glaubt besser hinterher hallo ich hab mich jetzt schon qualifiziert das war ja simpel oa oh hallo 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 like a boss muss ich rauf gehen ja um das festzustellen Was war das denn? Ich wäre ja fast richtig weit gekommen. Okay. Ey, nicht schubsen. Nein, ich wollte einen runterschupfen. Da bin ich runtergefallen. Toll. Nein, wie konnte das passieren? Kacke, ich hole die Runde nicht. Aaaaaah, schiff auf die Seite. Aaaaaah. Was meinst du, wer von uns beiden schafft? Keine Ahnung. Kannst ruhig meinen Namen sagen. Ach, ich sehe ja jetzt anders aus. Ich bin letzter. Weg. Ha. Manche sind stehen geblieben. Ihr Löse habt einen Start verpasst. Und rüber. Wuhu. Alter, ich bin richtig krass. Ich bin richtig krass. Guck mal. Und zack. Alter, ich könnte erster werden. Er slidet. Wie hat er das gemacht? Ihr Schweine. Die haben die andere Wippe hochgemacht. Puh. Oh, ich war so weit vorne. Wo bist du? Keine Ahnung. Im gelben Ding. Run. Nein. Nein. Das hast du nicht gemacht. Nein. Ich wäre Vierter geworden. Wieso bewegen die Leute denn die Wippen, wenn die gut sind? Hier. Zack. Und rüber. Und rüber. Ich komme ins Ziel als Elfter. Ja, ich war genau hinter dir. Bist du Trottel die Wippe so toll gemacht hast, ey. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh. Ja. Das ist zu hoch. Alter. Bist du verrückt. Läuft er nicht durch da? Der guckt den anderen wahrscheinlich zu oder so. Hier. Die habe ich schon gemacht. Und dann bin ich kurz vor knapp habe ich verkackt. Und ich bin so gut durchgekommen. So gut. Ich sage dir. So gut. Ah. Letztes Mal bin ich so weit vorne gestartet wie du. Ich komme zu dir. Ja. Perfekt. Hier wird es richtig crank. Hier. Zack. 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 Oh. Alter. Durchgemeistert. Oh. Fee. Hast du das gesehen? Wuhu. Wuhu. Oh. Ich wäre fast ins Loch gesprungen. Bist. Ah ja. Ich habe den falschen Spieler zugeguckt. Aua. Guck sie an. Guck sie an. Ah. Letztes Mal war ich hier Erster. Und. Wuhu. Als zwölfter gewonnen. Spring nicht. Spring nicht. Warte. Oh. Oh. Ist das knapp. Ja. Du hast es noch geschafft. Ich mach das schon. Du machst das schon. Ich glaub an dich. Ich kenne die Uhrzeit. Brauch ein bisschen Abstand zu der rosa Stange. Ich laufe die ganze Zeit runter. Achtung. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Mann. Warum lauft ihr falsch rum? Jetzt hätte ich fast verkackt. Bist du noch drin? Nein. Echt nicht. Ja, wenn die mich rausschubsen. Ich hab mich qualifiziert. Der folgende Satz ist nur für Martin. Aua. Okay, hier ist eine Luftdüse. Gibt es hier ein Ziel? Muss ich hier auch einfach nur überleben? I don't get it. Aua. Nein. Huuuhu. Aua. Jetzt immer ins Gesicht. Au. Ich hab mich qualifiziert. Jetzt schon? Das ging aber schnell. Hätte ich vielleicht nur stehen bleiben müssen, wa? Ich bin unter dem besten Elf. Ich bin unter dem besten Elf. Letzte Runde. Bodenteile stürzen weg, wenn du draufstehst. Bleib in Bewegung und überlebe am längsten, um die Krone zu gebinnen. Alles klärchen. Alles klärchen. So easy peasy, oh wow. Ich bin unter dem, um die Krone zu geboren. Oh. Oh. Okay. Ich rass nicht. Nein, nein! Ich muss in Bewegung bleiben! Hinter mir muss alles durchfallen! Nein, geh weg! Das ist mein Space! Mein Space! Nein! Ich müsste eigentlich so viel wie möglich kaputt machen, damit die, die nach mir runterfallen, vor mir runterfallen. Klingt das richtig? Oh, guck dir mich an! Guck dir mich an! Mit Taktik! Hau ab von meinen Blöcke! Scheiße! Ich muss ja nur den blauen schaffen! Ich muss nur den blauen schaffen! Die müssen ja nur alle... Nein! Ich habe noch einen übersprungen! Das war ja mega doof! Jump! 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 Wo soll ich hin? Nein! 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 Er macht es richtig! Er hat gar keine Panik! Oh, wie ärgerlich! Alles falsch gemacht, Junge! Oh, der Gewinner steht fest! So, das war eine Runde Fall Guys! Ich hoffe, es hat Spaß gemacht! Wir müssen das mal machen, wenn wir vielleicht nicht total müde sind, aber es ist schon ein geiles Spiel! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Bis dahin, macht's gut! Ciao! Ciao, Kakao!